Hallo Freunde und Willkommen zurück bei Paper Mario. Wir haben das letzte Mal die Joschi Kinder gerettet und die schöne Statue bekommen. Ich bin schon mal hingelaufen und jetzt setze ich mir die gleich mal ein, den Jade, äh Rabe, warum auch immer der Rabe heißt. Und dann müssen wir jetzt durch den noch tieferen Dschungel machen zu dem Typen, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Und anscheinend soll der irgendwie mit den Joschis befreundet sein, aber die Joschis waren anscheinend schon seit Jahren, nicht mehr bei ihm oder Jahrzehnten. Und, oh, die Musik wird ja wirklich richtig uhrerwartmäßig geil. So, dann können wir gleich mal die Glöckchen läuten und eine Münze absahnen. Okay, können wir eigentlich da oben hin. Oh, da können wir ja wirklich ein Ei? So, hast du allein gefunden. Stell 5 Kp wieder her. Ja, die kann man ja teilweise später nochmal einfach benutzen, äh, einfach mal essen, wenn wir wieder ein paar Kp brauchen. Äh, und hat der Typ gerade rumgeheb beschrieben? Ne, doch, oder? Ich weiß es nicht genau. Naja, egal. Gut, ähm, ich versuche mal Kämpfer aus dem Weg zu gehen, weil ich bin gerade ein bisschen kampffaul, muss ich zugeben. So, du kannst mich mal, haha. Aber hier ist nichts. Ähm. Ich bin doch nicht kampffaul, Fragezeichen. Hier oben noch, hier oben noch was. Nö, nö. Wo geht's denn hier weiter? Und vor allem, wo hängt Sushi da rum? Sushi! Ach, komm nochmal her. Hallo? Ja, auf die muss man ja mehr aufpassen als auf die kleinen Yoshi-Kinder. Ähm. Sushi, was machst du da? Ja, okay, die darf man echt nicht allein lassen, ja. Ich merk schon. Hängen wir uns nochmal dran, nicht, weil ich bin gerade ein bisschen verplant, was wir machen müssen. Hä? Achso, ich kann mich nur einmal dranhängen, anscheinend, okay. Hier geht nichts mehr. Hier kann ich... Kann ich die Steine eigentlich mit Bombett kaputt machen? Die schauen nirgends so komisch aus. Mal was probieren. Vielleicht muss ich auch den Gegnerhunden killen, aber... Erstmal so ein bisschen auch umschauen. So, und... Zack. Okay, anscheinend nicht. Ähm, aber wie kommen wir denn jetzt weiter? Ähm... Ja, es hieß ja schon ein bisschen, dass du dich dickig schlagen, ne? Ja. Okay. Mal kurz umschauen. Wenn nicht, besiege ich jetzt einfach mal den Gegner. Ja, komm. Jawohl, diesmal hat auch mal der erste Angriff geklappt. Aber was heißt hier geklappt und... Wow. Hier sind ja ein bisschen zu viele Gegner von meinen Geschnapp. Geschnapp, ja. Ach, und wisst ihr was? Komm. Ich hab jetzt gerade keinen Bock. Sternensturm. Ah. Komm, ja, ja. Und jetzt gibt's auch's Maul. Das haben wir, glaub ich, jetzt einmal eingesetzt, oder? So, und... Dachte ich mir, ja, komm, wenn wir's nie einsetzen, irgendwann muss ich's ja mal einsetzen. So, sieben Schaden, jeder. Damit sind hier alle bedient. Und... Wir kriegen uns einen Stern von mir und können gehen. Aha. Da lacht sich Sushi einen ab. Und wir kriegen würden sogar ein Schäfchen bekommen, aber mein Inventar ist leider voll. Tut mir leid. Okay, aber wie kommen wir denn jetzt weiter? Hier? Oh ja. Ich bin auch blind, ne? Vor lauter Wegrennern und... Äh, ist hier gerade ein Grafikfehler, oder? Ich hoffe mal, hier ist kein Grafikfehler, sonst... Ja. Aber die schwarzen Löcher im Boden, das schauen eigentlich komisch aus. Außer ich muss da die Dinger drauf tun. Das macht natürlich Sinn. Ja, wahrscheinlich. Oder... Oh, es sind aber viele. Ach so. Ich hör grad Wasser. Wahrscheinlich... Ja, ihr seht wahrscheinlich schon gleich, was ich denke. Ja, ja, ja. Ja, okay, gut. Dann kein Grafikfehler. Wenn ich jetzt nämlich hier zumache... Ja, genau sowas hab ich vermutet. Dann kommt alles, was raus. Okay. Gut. Kein Grafikfehler. Alles in Ordnung. Puh. So, der hier dahin. Und ich hoffe, das war jetzt kein Fehler, dass ich den Anfang auch verstopft hab. So, dann hier. Ähm, dann... Hier. Und... Hier, bitte, Mario. So. Und... Und? Ja, wir haben's ja schon. Dööööööööööö. Wird er jetzt kaputt, oder? Oh. Das ist aber viel Wasser, okay? es wird immer mehr und irgendwie hat es gerade mischt glaube ich können wir was dann wenn wir jetzt da denn also wenn wir jetzt da den den stein drauf schieben frage ist an welchen schieben wir drauf weil ich den jetzt hier nehmen dann wird ja jetzt kann ich hier das andere loch nicht zu decken so wo ist es jetzt so komplett aus einfach oder wäre das jetzt hier gewesen ja wer jetzt hier ja da passiert nichts mehr oder ist egal ach komm immer weiter sonst bringen wir nichts haben in dem part so ich hier was ich weiß nicht will immer überall schauen aber ich dass du wieder irgendwelche gegner drin hängen ja komm ich kämpfe nicht ich muss meine kp echt aufsparen weil das kapitel dauert doch schon wieder etwas und wir haben es jetzt noch nicht so groß gefunden und die feuerblume die nämlich aber nicht mit weil dieses plug in was ich mal auch mal tutorial gezeigt hat das gleich plugin ist zwar echt super und tut ein paar und tut viele bugs reparieren vom emulator das blöde ist aber dass die feuerblume mit dem plugin nicht funktioniert ansonsten geht halt alles außer die feuerblume und ja so wichtig ist die mir dann auch nicht auch was ein cooles item ist so hier machen wir den weg frei ok das war ja cool hängen wir es da noch mal dran kommen bitte kein gegner ein ja wir haben leider volles leben oder ja brauchen wir nicht okay dann können wir hier gleich weiter und mir gefällt eigentlich der teil vom dschungel fast mehr so ein bisschen mit 13 und so finde ich cooler als ja sicher tausende wege und da bis wir doch irgendwie durchkommen oder die frage ist gerade nur wie schaut es ändert mich jetzt so ein ding wo wir drunter durchschwimmen kann was haben wir denn hier für fliegen können mit kuba vielleicht irgendwas holen von der anderen zeit den runterkippen also wahrscheinlich wird zu viel mehr geht nicht oder okay dann wechs ja doch ich wechsle wieder zu sushi genau so hieße gut ob das darauf hinweisen soll wie die story sich um sie noch ändern zu wird 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 sie selbst so schi und vielleicht ist jetzt schon so weit oder hohe 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 gott ach so eine planer pflanze okay ich das schon hier ist jetzt irgendwas hey jetzt wirklich wir machen wir macht nur eure tanzmoves und es wird gefaltet okay kam ich weiß sie kam ich wissert kam ich denke ich mal wie kam er cool oder doch weiß ich kann was habe ich okay da setze ich doch mal ein superbeben ein gut ist gut über ein piranha pflanzen ist dass die nicht noch verstärkung holen können wie fast alle anderen gegner hier dem dschungel wo sie es können sich verdoppeln die scheider ist können noch hilfe holen und ach was weiß ich noch und ich glaube ich gehe jetzt erst mal auf karmec weil die kenne ich nicht hier legen wir glaube ich mal als erstes ich sollte ja eigentlich aber mit kombat am besten scannen aber so viel damit würde ich mir hier machen vor allem jetzt weil ich vergiftet bin sollte ich lieber mich hier aufs angreifen konzentrieren gut und er hat geglaubt okay was machen die was die heilige okay die 3 3 kp jeder water okay wir müssen uns echt auf karme konzentrieren ja powersprung kommen die muss weg hier jetzt gibt es drauf hier sagt sechs schaden okay diese ledig sauber wo jetzt bauchlandung auf die fault fault dran ja ach stimmt deswegen vergiften nämlich auch hat überlegt waren die früher nicht irgendwie schwächer aber ja okay noch ein zwei runden dann müssen wir den kampf auch gewonnen haben wir haben jetzt wieder über zehn schaden bekommen zwölf schaden und sind immer noch vergiftet die angriffe sind ein bisschen fies weil ich weiß immer nicht genau mit was die jetzt angreifen gut aber jetzt denke ich mal kriegt ihr aufs maul super beben sagt sagt ja wohl ist schon der tod schade okay dann auf die mittlere mal weil ich glaube die äußere hat nur noch ein kp da lohnt sich der angriff fast nicht da okay hier doch die äußere angreifen sollen wir halten ihn ausbauen ja man sich schon ein schaden gemacht in dem kampf stelle ich mich auch echt dumm an mit dem block gut ist einmal wieder das gift ist aber auch fies war halt noch zwei runden okay okay die jünger sind echt stark gut kommt so noch mal vier der match auf jedem jetzt kommen zum lück ich sehe gerade wie viel erfahrung zu bekommen dass wir haben wir jetzt hat den zauber von mir genau bekommen würden okay elf nicht so viel aber nach unseren maßstellen man zwischen schon viel und wir werden immer schüttelt mit kohle in solchen momenten wird ist der zauber natürlich extrem geil wenn man den bekommen würde hatten wir einmal ist echt das extreme glück der nach dem boss fight verdoppelung der xp zu bekommen so ein lack und ein der deko baum neue musik vor allem auch so flöten mäßig geil das ist ja ein cooles neues gebiet so blumen wieder drauf haben passiert aber nix auch irgendwas wie kommen wir denn da unten durch wir müssen noch wir müssen auch noch irgendwas neues lernen und durchzukommen ansonsten habe ich gerade keine ahnung also wir kriegen noch einen neuen also wir haben schon dann begleitet das macht er nicht verpeist gerade irgendwie nur so ja da können wir das und ich glaube ich speichere auch mal wieder habe ich ja schon lange nicht mehr aber falls mal wieder irgendwer der emulator herum spackt dann muss ich nämlich den in game speicherstand nehmen also kann ich den safe state ich habe schon manchmal auf eine englische rom umgestellt gehabt damit man die cutscenes anzeigen kann und wenn ich die rom auf englisch stellen muss dann muss ich vorher normalen speicherstand ab benutzen weil ich selbst kann natürlich nicht übertragen und der baum kommt schnell darum als ich dachte ich dachte jetzt wir müssen uns dadurch kämpfen einerseits fand ich den gerade echt geil habe geschützt wird dass wir uns hochkämpfen müssen aber alles cool einfach nur ein geiler baum okay und jetzt können wir innen und außen weiter die frage ist was sollen wir machen ja mach kommen wir mal innen weiter aber ach nein kommt ich will außen weiter ich bin es nämlich immer nicht so sicher aber einen weg gibt es wahrscheinlich noch einen ort oder sowas und ja okay das hier war der ordentlich habe ich doch gewusst herzilein herzilein orden die kb regieren sich während des kampfes langsam das schauen wir uns mal an aber der kostet wahrscheinlich gleich vier op oder sowas alle orden wo ist er dann hat er hat sie leider war da war z3 op geht ja noch aber trotzdem trotzdem immer noch ein bisschen viel kabel plus wird sich nicht lohnen glaube ich dafür auszugeben oder ich glaube kampf rausch könnten wir mal ablegen im notfall also wenn wir jetzt hat er mal wollten ja tun wir nichts abkommen dass wir mal da für den notfall fallte in der nähe befinden wird sie optisch und akustikstoff in diesen ach so ach stimmt wir hatten deswegen sie mehr sehen ach okay eigentlich könnten wir anlegen aber ich brauche diese ganzen zusatzorten wie diesen schnellen wirbel links da holt man schön weit laufen kann das lohnt sich dann vielleicht doch schon für ein op dass man sich eine menge weg erspart kämpferisch zwei eigentlich sinnlos und rollenspiel mäßig aber komm so faul sind wir und hier ist wieder eine blume aber die machen doch alle nix oder die leuchten so komisch und ich habe gerade das dumpfe gefühl dass hier ein boss wird kommen deswegen haben mussten ja speichern fällt mir gerade auf deswegen fresse ich jetzt mal den superpilz 10 kp ja immer noch ein bisschen wenig sollte am besten mit voller kp aber okay so 29 geht ja und soll ich mich noch mal nachkommen oder da ist er ich werde mal kurz was für bp zum bp auffüllen hier das auch noch nehmen oder was haben wir noch gut für 15 bp okay haben wir noch eins für notfall so okay ja ich lass jetzt mal die 29 kps wird schon nicht so hart sein und das ist ja echt ein vogel das wusste ich ja gar nicht okay willkommen verzeiht dass ich etwas überrascht bin aber es ist schon eine weile her seit jemand hier hochgekommen ist wie ach ja natürlich ich bin herr dieser insel bekannt als don rafael und ich bin ein komischer runder vogel wenn es irgendein problem gibt dann nur raus mit der sprache komm schon raus damit müssten zum block haben ja du bist also mario und verstehe ich weiß nicht wie du in den vorkan herringen kannst ja das ist ein problem aber nicht für mich ich helfe dir um ehrlich zu zahlen ich wusste dass du danach fragen wo es die sterne habe mitgeteilt dass du kommen würdest ich werde etwas außergewöhnliches geben dass es sehr hilfreich sein wird aber dazu später jetzt sollten wir uns besser um das vulkanproblem kümmern was jetzt los der kinder okay kann es ach kann es sein dass die in dem joshi ding darum gestanden sind oben auf dem baum in dem joshidorf ausgezeichnet meine abroxas es gibt arbeit ich werde euch nur einmal instruieren also erwarte ich eure folge ist der aufmerksamkeit okay warum war der grad zu aggro und was ist jetzt also die reden oder wie jetzt ja ach ihr instruiert sie jetzt und es muss so schnell wie möglich erledigt werden verstanden das will ich nämlich hoffen los geht's abroxas folgt mir die fliegen anscheinend nur mit ihren füßen okay dürfen wir auch mit oder was ist jetzt ich höre sie flattern aber ach so okay wir können her springen gut ich dachte schon müssen wir den baum noch mal runter und wir landen natürlich auf den bäumen okay was ist jetzt und habe ich glaube ich habe meine alten sonst eingesetzt und wir können den weg so also entlang das erklärt einiges und weiter geht's ja ich möchte begann da links noch lang da ist ja auch noch ein weg wo wir hin müssen okay gut dann ignorieren wir das mal und gehen da lang wo führst du uns jetzt gerade hin ach sind wir jetzt wieder auf dem weg zum zum vulkan oder wie und seine kleinen kinder sind alle da das gibt es jetzt verstanden gut sind alle bereit und nur noch roxas an die arbeit was zur hölle macht ihr da jetzt den baum fällen oder wie kleinheit ich glaube der muss noch üben das wird nicht lange dauern was macht ihr da was zum hänker ich habe auch keine ahnung colorado ok sie haben eine station gebaut ein kleines lager sehr cool alles klar du kannst den vulkan erreichen was auch immer die gemacht hat herausragend wirklich es scheint das könnten wir nur den vulkan betreten was glück nicht was glück nicht machen ich werde keine sekunde länger warten ich schätze der vergangenheit beruf nach mir vorwärts und colorado rennt voraus und wir müssen wahrscheinlich wieder retten ok da ist auch schon wieder aufzug dieser cooper was für ein draufgänger stürzt sich einfach so in den vulkan ja er ist kühn das lassen wir ihn machen kühn und völlig durchgeknallt aber genug jetzt ich will nur den wichtigsten gegenstand geben von dem ich sprach wir haben den ultra stein erhalten gibt einen deiner freunde den ultra rang ok das ist ein ultra stein stein ich habe ihn vor langer zeit in der tiefen dieses jungles gefunden jetzt wenn du diesen stein hast du findest du einen super block dort kannst du einen deiner freunde vom super rang in den ultra rang erheben diese erstarken meine freunde ist der schlüssel zum erfolg vertraue mir dies hat mir einen stern im traum verraten das erzählen weise ein ich muss so gehen um und aus geil das heißt beim nächsten super block können wir einen noch mehr aufpowern ich überlege gerade wie kommen wir denn da oben entlang oben links war ja auch noch mal so ein baum stamm wo wir so ausgeschaut hat das wäre dahinter was vielleicht hat es aber auch noch so ausgeschaut ich weiß ja nicht und ja jetzt haben sie zwei items eingesetzt okay da habe ich halt ein bisschen geld aufgeben ja und ist ja wurscht denn hier ist sie gleich wieder tottauen ok ich würde sagen das war's mit diesen partnern ja ok heilen wir unseren kauf noch nicht ein ja heute die letzte paar bürger schon wieder so xxl mäßig weil ewig nichts mehr kam von paper mario dann ja passt das jetzt hat so schön schlafen und ja ich bin froh jetzt geht es hier mal ein bisschen mehr voran mit der story weil ja die ganz letzten mal immer nur im dschungel rumgehört ohne was zu finden ich habe schon gedacht hat die auch ich habe aber eigentlich vermutet dass dieser proxer typ da ist ja don raffael genauso heißer dass der irgendwie böse geworden ist weil ich seit jahren nicht mehr gesehen haben und dass das unser boss kriegen wird aber anscheinend nicht das ist auch gut so was macht eigentlich die schneepuppe ich kaufte nicht ja bitte kommen bald wieder ja ja ok gut haben wir wieder unsere items und dann machen wir uns nächstes mal auf in den vulkan oh ja das wird eine abwechslung hier seit aus dem dschungel raus da waren wir jetzt ja ziemlich lange drei einige parts und dann geht es nächstes mal für uns da rein und hey da ist noch so ein abroxer typ was sagst du denn okay ist nicht sehr gesprächig gut dann werden wir das nächstes mal da mal an diese seilbinde heranhängen und schauen weiter was denn sonst noch und so alles passiert okay ich hoffe es euch gefallen und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal